Hallo, der Herzen bekommt seine neue Weltreise, Part 2 mit der Boga langfahren, jetzt bei der Grenze. Ihr habt ja hoffentlich dann die letzte Folge gesehen, was passiert ist, aber... Da, wie gesagt, hier sind wir jetzt schon bei der Grenze. Ich glaube nicht, dass wir die Grenze haben. Puh, schämt, das ist die erste Grenze. Warte, ich stelle ein, dass man ein Fenster rummachen kann. Sonst wird es los, die Beine, ne, kann ich mir das anzuschauen. Warte, Lichthupe, äh, rechts Fenster, äh, hoch, öffnen. Rechtes Fenster schließen. Hm. Hä, okay. Dann eben die Filme, oh Gott. Vou ins voice-up, schnaubes. Ich werde mal wieder los Things haben, wie ich ihr euch noch le dzie请. Je chaotic että 3,5 estoy auf dem Thank Jesus. Das ist ja autonom, die das four zum Teil tun. Das ist ja leure, wo ich dann auch erst mal wäre. Ich werde nicht sagen. Und als nur noch mal was. Ich bin weiß, wo ich, wo ich mich noch le구, weil er weiß. Ich würde mal ein paar L army euro beden lernen, wie ich das rips Chief das Ganze prob redeятельte. Vielen Dank. Wie war ich schon mal mit meinem Bus langgefahren und mit einer anderen Leute? Wir haben es fast geschafft Leute, wir sind schon über die Grenze. Vielleicht kommen die scharfen Kurven. Nee, wir können auch gar nicht leben. Achtung! Jo, wo kostet mein Sohn immer nach von der Flute? Mit Lamborghini Huracan. Hey, doch nicht bei der Tank. Ich doch nicht bei der Tank. Hände ich bei der Tankstelle, bei der Autowährungsstattie an. Ähm. Ähm. Nicht da wo Jörn markiert ist. Da wo... 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 Ähm. Wie viel kann man die Sprache? Äh. Da wo wächst, da bis dann müssen wir lang. Dann sind wir endlich bei meinem Sohn angekommen. then... Ui. Häh? Häh? Höh. Häh? Jetzt ist nachts, da sollte keiner mal rausgehen eigentlich. Ich sag, dann gut hab ich bedankt. Jetzt haben wir die Hälfte, jetzt ist alles teuer. Und da wohnt mein Neffe hier, also, äh, aus Spiel, ne, da unten weiter. Ich sag, ich komm eigentlich nicht, das hab ich noch nicht an. Jetzt, ja, aber ich, das kannst eigentlich Namen, die hier, die hier haben. So, dann mach ich gleich mit. Siehste? Was? Das hätte er geschaffen. Wir müssen dann nochmal hier zurückfahren, dann. Aber das ist der erste Weg, ja. Wir müssen dann schnell nochmal hier zurück. Wir müssen dann nochmal schnell nach Deutschland. Und hier find ich ja eine Milch von mir aus. Boah, schöner Bild. Boah. Woher hätte ich das als Terminal genommen? Ich bin hier drin. Und hier ziehe. Ich bin hier drin. Und hier bin ich. Leute, ich hab's gleich. Let's go. Man soll niemals so auf Gas gehen, wo der Umfilter wie ich jetzt komme. Mein Auto wäre jetzt mit kaputten Scheiben kaputt oder Motorhaube oder so auch immer. Ich hab mich nur bedankt und erklärt. Ah, das wird knapp. Jetzt müsste ich richtig durchfahren gleich. Jetzt richtig schneller. Das wird passen für mich. Aber ich kann ja nicht so schnell wegen hier. Ich hab mich schon bedankt. Da hatte ich aber keinen Glück gehabt, dass er nochmal angefangen ist. Ich hab ja gesagt, ich muss richtig Gas geben. Oh, oh. Ich hab noch mehr Schaden, dann hab ich mir das Dachschrauben. Ich hab grad so geschafft. Ach, kein Problem für den reichen King. Wir fahren dann noch einmal schnell zurück. Ach ja, dann müssen wir einsteigen. Aber noch mehr. Da ist das Baumglotange. Das war's. Zum Glück gab es hier eine Werkstatt und ich denke gleich Tangen für Benzinformen. Ich nenne das einfach mal an Dubai angekommen. Soll ich da. Soll ich es. Soll ich es. Und ich habe die Arbeitsmunkur. Es ist warm, es ist für euch auch so warm, leider. War das, Leute, aha. Oh, der Motor ist echt schnell. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschau.